Mit dem Herbst kommt die Pilzsaison und da darf eine leckere Pilzsuppe nicht fehlen. Dafür brauchst du nur wenige Zutaten. Trockene Steinpilze, eine Zwiebel, Rahmbutter und etwas Bouillon. Die Pilze unter einem Sieb abwaschen und in der heißen Bouillon einweichen. In der Zwischenzeit die Zwiebel hacken und mit gut Butter glasig braten. Ich lösche das Ganze gerne mit einem Schuss Weißwein ab, aber das muss nicht sein. Mit den Pilzen vermengen und um die 20 Minuten köcheln. Rahm hinzufügen, ein paar Minuten weiter köcheln, mit etwas Schnittlauch garnieren, servieren und sich schmecken lassen.